Hallo, in diesem Video möchte ich am Beispiel einer einfachen Vererbung das Verhalten virtueller und abstrakter Methoden in erbenden Klassen zeigen. Hierfür schreibe ich zunächst eine Klasse Shape, welche einen Stringmember für den Namen und vorerst nur noch einen Konstruktor bekommt. Als erbende Klasse von Shape schreiben wir noch die Klasse Circle, welche zusätzlich einen Doublemember für den Radius und ebenfalls einen Konstruktor bekommt mit zwei Parametern. Einen für den Namen, wofür wir Konstruktor von Shape aufrufen mit Base in Klammern N und den Radius, welchen wir innerhalb setzen. Rectangle wird unsere nächste Kindklasse von Shape, welche wieder zwei eigene Doublemember für die Länge und Breite bekommt. Im Konstruktor wird wieder Base von N für den Namen aufgerufen und die Doublemember gesetzt. Testen wir nun, ob wir von jeder unserer Klassen ein Objekt erstellen können. Es scheint alles funktioniert zu haben. Erweitern wir nun unsere Klasse Shape um eine virtuelle Methode Draw, welche intern nur einen Konsolen-Output generiert, in dem Fall Base.Draw. Diese Funktionalität möchte ich nun auch meinen erbenden Klassen hinzufügen. Hierfür brauche ich das Schlüsselwort Override. Intern ist es mit Base.Draw möglich, die Draw-Methode von Shape aufzurufen und danach erst den Konsolen-Output zu generieren. Probieren wir unsere Draw-Methode aus. Hierfür lege ich mir eine Liste Shapes an, basierend auf unserer Basisklasse Shapes und füge die Objekte S, C und R mit Add hinzu. Nun schreiben wir noch eine Schleife mit einem Shapes-Objekt, welches über die Elemente der Liste iteriert und deren Draw-Methoden ausführt. Super, hat alles geklappt. Die Ausgabe Base.Draw vor Circle und Rectangle.Draw ist durch die Anweisung Base.Draw in den Methoden zu erklären. Kommentieren wir diese Anweisung nun mal aus und starten das Programm erneut. Ersetze ich in den erbenden Klassen das Schlüsselwort Override durch New, wird die betroffene Klasse keine eigene Implementierung mehr für Draw haben. Die Draw der Basisklasse wird hier nur aufgerufen. Nun erweitere ich Shape um eine abstrakte Methode, welche mir den Flächeninhalt zurückgeben soll. Da ich meine Klasse um eine abstrakte Methode erweitere, wird diese dadurch auch abstrakt. Das heißt, von ihr ist kein Objekt mehr instanziierbar. Nicht von ihr direkt. Fügen wir Get Area nun auch noch in Circle und Rectangle ein. Da Shape jetzt abstrakt ist, kommentieren wir es hier aus und starten das Programm. Rufen wir nun noch die Methode Get Area mit unserem Circle und Rectangle auf. Die Ausgabe funktioniert richtig. Das war es hiermit auch von meiner Seite und ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.